Sieht man die Früchte meiner Arbeit, die Ausbeute wird wohl nicht die Investition aufwiegen, aber es hat Spaß gemacht. Herr Eder, welche Investition? Sie haben noch die Samen von uns umsonst gekriegt. Aber auf dieser einen Tomate hat man so ein weißes Mützchen. Können wir das Foto gerade noch mal sehen? Guck mal, hier dieses weiße Mützchen. Was ist denn das? Das hängt einfach damit zusammen, dass sich hier die Blüte noch nicht ganz gelöst hat. Man zieht es am besten vielleicht auch mal hier dran. Schau mal, da sieht man die Tomaten, wenn sie sich entwickeln. Okay. Dass sie hier vorne die alte Blüte dran setzt. Und das sollte sich natürlich, wenn je größer die Tomate wird, sollte sich das natürlich auflösen. Und das wird es auch mit Sicherheit noch tun. Also braucht sich der Herr Eder über die weißen Mützchen keine Sorgen machen.